So, Christa, warst du mal bei Reut zum Wagnerfest? Ich war nicht bei dem Wagnerfest, aber ich kannte die ganze Familie. Ha! Die ganze Familie? Genau. Und eine von... Ich war eine Klassenkamerade von mir. Oh boy! Und wie hieß die? Sie... Sie... Siegfried war Ihr letzte Name? Nein, das war... Ihr Vorname? Siegfried? Da siehst du, wie blöd ich bin. Das ist ein Vorname für eine Frau? Siegfried? Ja? All right. Nein. Und die war direkt aus der Wagner-Familie. Ja. Aber da war der Wagner schon tot, oder war er noch am Leben? Ja. Aber du hast den Platz nie besucht bei Reut? Nein. Doch. Auf meiner Seite. Okay. Da war ich schon. Oh, all right. Und wem noch? Oh, die Cecilchen, die war das Enkelkind von Wilhelm II. Das habe ich richtig gekriegt, ja. Okay. Und ist das ein Technologisch gekriegt oder ein Auto? Ein Kind aus meiner Klasse. Ja, auch. Hast du die zu Hause mal besucht, die Wagnerin? Ja. Ja? Oh, okay, okay. Hat die in einem Schloss gewohnt? Ja. Ein Schlöschchen? Ein kleines Schlöschchen, ja. 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 Nicht ein großes Schloss, nur ein kleines Schlöschchen, ja. Na ja. Arme Dame, hm? Ja. Das war's gut. Ja. Ja. Und Cecilchen, hat die auch ein kleines Schlöschchen gehabt? Ja. 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 Wenn alles anders fehlt, da hat man ein Villa wenigstens, he? Are you doing an Interview? Yeah, she knew Wagner's granddaughter, Mayor Wagner's granddaughter, Robert Wagner. Oh, and his son also became governor. I'm making a joke, I'm talking about the guy who wrote that song, Valkorys. There's something wrong with you. You know that song, right? Yeah, he wrote that. And they got this special place called in Bayreuth, Germany. And they have a festival every year. And she went to this. She went there. It's tough to get a seat there, though. You have to... Well, I don't know who we are yet. Shit. You have to buy those seats years in advance. Oh, no, that's not for me. I heard you're going to a show. When? In 2029? Oh, it's tougher than getting a ticket to the World Series. It's not that tough. You just need a lot of money. But you just want to have a lot of money. Yeah, yeah. I don't think money gets... You have to have connections to get it. Money doesn't get you in, in Bayreuth. What was that war movie with Marlon Brando? That's where they played that song. Marlon Brando? Yeah, no, on the Vietnam. Oh, uh... Oh, Jesus. Apocalypse Now. Apocalypse Now. Yeah, yeah, yeah. That's where they played Wagner. You see Apocalypse Now? Never. Did you see Apocalypse Now? Remember that? No. No, it's a movie about Vietnam. No. No. They played Wagner in there. Not a very nice movie. Well, the Wagner scene is nice. Yeah, but everything else is violence and killing and all things. Yeah, yeah. I'd rather watch a comedy even if it's stupid. Yeah, maybe I'll play Krista. I'd rather watch my cat. I'll play you the Wagner scene. I'm going to find a Wagner scene. He doesn't do anything. Sign you off with Krista. He's all there. Okay.